Es ist unglaublich, Tino Chrupalla wurde krankenhausschrei verletzt und wir werden uns diese Eilmeldung jetzt sofort ansehen. Vor einer Stunde ist diese Nachricht rausgekommen, Tino Chrupalla ist jetzt aktuell im Krankenhaus und sein Gesundheitszustand ist ungewiss. Was dort vorgefallen ist, vor allen Dingen auch wieder hinter die Kulisse. Wir haben wieder mal Gott sei Dank von euch einige Inputs bekommen, einige die sogar vor Ort da waren und die das Ganze als sehr mysteriös erachtet haben. Und dann sehen wir auch uns an, was die Mainstream-Medien darüber wieder berichtet haben. Ich finde es eine Farce, wie hier der Mainstream damit umgeht und dann gibt es ganz am Schluss nochmal eine Abrechnung, wie ekelhaft eigentlich sowas sein kann. Ich meine, da werden tatsächlich Leute wie die AfDler als rechtsradikal, als Extremisten bezeichnet, die immer wieder gewalttätig irgendwelche Situationen klären wollen. Und dabei ist es genau die andere Seite, die sich anscheinend so aufstellt. Und es gibt auch in diesem heutigen Beitrag auch eine Meldung von Alice Weidel, dass vielleicht vorab, sie wurde ebenfalls bedroht, sie hat sogar eine Rede absagen müssen und wurde mit ihrer Familie an einen sicheren Ort gebracht. Also ganz ehrlich Leute, wer jetzt der AfD oder anderen rechtsradikalen Gewalt vorwirft, der sollte mal bei den linksgrünen Leuten vorbeischauen. Und anscheinend ist es dort doch etwas mehr vertreten, weil komischerweise habe ich sowas auf der anderen Seite überhaupt nicht, beziehungsweise jetzt kommt eben auch das, was hier passiert ist. Und ich kann jetzt schon sagen, bleib bis zum Ende dran, teil dieses Video. Es ist wie gesagt eine Eilmeldung, es kam vor einigen Minuten raus, dass Tino Chrupalas Gesamtzustand sehr, sehr fraglich ist, wie es ihm geht. Hier siehst du einen Artikel aus BR24. Bevor wir uns den ansehen, der kam nämlich vor 20 Minuten raus, ist das Interessante, dass die FAZ Folgendes berichtet hat. Und hier fängt es schon an. Ein tätlicher Vorfall. Also alleine das ist doch schon eine Verniedlichung, kann man sagen. Ein tätlicher Vorfall. Ja, da ist was vorgefallen. Nein, es war ein Angriff. Es war eine Attacke auf einen AfD-Politiker und wir können uns fast schon die Gründe denken. Es sind anders denkende Menschen, die sind damit nicht zufrieden, dass sich das aktuelle System verändern soll. Und auch ein Tino Chrupalas hat ja hier auf dem Erfolgsgang auf YouTube ja schon einige Statements rausgehauen und man weiß, dass dieser Mann bei klarem Verstand ist. Also hier von einem Schwächeanfall und das muss man wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen, bevor wir uns dann die eigentliche Thematik ansehen, auch was einige uns sogar zugesteckt haben für Informationen, die sind nämlich höchst brisant, was hier wieder verschwiegen werden soll. Das offizielle Statement heißt, ja, es war ein Schwächeanfall und ihm ging es halt gesundheitlich gut, nicht gut. Also ganz ehrlich, liebe Leute, er wirkt für mich sehr fit in den Videos. Also da müsste man wirklich eher bei einem Scholz Bedenken haben, dass der jederzeit umkippt oder beim Habeck oder beim Hofreiter. Also Hofreiter wahrscheinlich, weil er immer wieder ordentliche Bluthochwerte hat. Aber es geht hier tatsächlich darum, dass uns weiß gemacht werden soll, dass das ja im Endeffekt keine Attacke sein können, sondern es könnte sich um einen Vorfall gehandelt haben. Hier heißt es, Kruppallas Gesundheitszustand befinde sich noch in der Klärung. Also das alleine ist schon sehr erschreckend, weil man sieht, wie hier die AfD bekämpft werden soll. Die Polizei Ingolstadt sprach auf Anfrage von einem Polizeiansatz bei einer AfD-Wahlkampfkundgebung, nannte aber zunächst keine Details. Und jetzt kommt es. Hier sagt man, dass man zunächst eben dann auch gesehen hat, wie Kruppalla kurz vor der Ankunft gestützt zunächst zu einem Polizeiauto gebracht werden musste. Und hier sind eben die Hintergründe anscheinend völlig unklar. Das hat, wie gesagt, die FAZ eine Stunde vor einer Stunde berichtet. Wir kommen gleich noch zu dem anderen Artikel, wo das denn wirklich auch wieder sich eigentlich als halbe Wahrheit nur herausstellt. So, ob es sich nämlich zu einem möglichen Angriff hier dazu geführt hat, dass er angegriffen worden ist oder was hier passiert ist, das lässt er hier offen. Aber man hat ihn eben selber gesehen, wie er noch Selfies gegeben hat und dann sei er kurzerhand zusammengebrochen. So, und das Heftigste, bevor wir uns gleich auch die wahren Gründe ansehen und dann einfach, warum mir hier die Hutschnur gewaltig platzt. Deswegen teile dieses Video. Ich finde es unverschämt. Wir haben teilweise, ja, du kennst dich daran erinnern, als bei den sogenannten Reichsbürgern Razzien stattgefunden hat. Man wird, ja, auch Markus Krall beispielsweise hat davon berichtet, dass er beschattet wird. Alice Weidel, aber eben auch beispielsweise der Bürgermeisterkandidat in Oberhausen haben mittlerweile Drohungen erhalten, Morddrohungen. Ganz ehrlich, wer sind hier die Radikalen? Wer sind hier diejenigen, die wirklich Gewalt ausüben? Denn das sind nicht die Rechtsradikalen, beziehungsweise es sind nicht die AfDler. Rechtsradikal ist ja nochmal was anderes. Ich würde die AfDler auch nicht als Rechtsradikal bezeichnen. Und da gibt es natürlich auch schwarze Schafe, gar keine Frage. Aber die gibt es mindestens genauso auch bei den Grünen, bei der FDP, bei der SPD und bei der CDU. Und das ist genau das, was mich auch stört, dass man alle in einen Topf wirft. Also eine Alice Weidel mit einem Björn Hocke und natürlich auch mit anderen. Das heißt, wir sehen hier ganz klar, wie wieder mal Stimmung gegen die AfD gemacht werden soll. So, und jetzt wird es brisant. Weil hier siehst du, dass die Alice Weidel tatsächlich einen Auftritt bei einer Kundgebung ihrer Partei kurz vor der Teilnahme aus Sicherheitsgründen absagen musste. Das heißt, man möchte sie mundtot machen, anders kann ich es mir nicht erklären. Wann bedrohst du jemanden? Richtig, wenn seine Meinung zur Gefahr für dich und das etablierte System geworden ist. Und wer hat hier ein Interesse? Richtig, alle, die eben Altparteien darstellen. Alle, die die Altparteien sozusagen wollen. Und alle, die gegen die AfD sind. Deswegen hast du hier auch Leute, die eben kleingeredet werden sollen. So, und jetzt kommt doch das Besondere und jetzt sollte man dranbleiben, weil jetzt kommt es, dass BR24, und das muss man auch mit Vorsicht genießen, aber das wurde uns jetzt auch mittlerweile von ein paar Zuschauern auch zugeschoben. Und zwar soll es sich jetzt hier um einen Angriff auf Chrupalla handeln mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit und nicht, wie soziale Medien das Ganze berichten, mit einem Schwächeanfall verglichen werden. Das heißt, Schwächeanfall oder gesundheitliche Probleme hat er anscheinend nicht gehabt. Und jetzt kommt es aus dem Berliner Umfeld von Tino Chrupalla. Ich finde es sowieso eine Frechheit, dass sie hier Tino sogar auch noch falsch schreiben, aber okay, sei es drum. Dieser sei mit einer Nadel verletzt worden und bleibe deshalb zur Beobachtung über Nacht im Krankenhaus. Und das haben wir auch ähnliche Situationen bzw. Statements haben wir auch von Zuschauern bekommen. Uns haben zwei Leute geschrieben, dass sie eben dort vor Ort waren und gemeint haben, sie hätten dort gesehen, wie jemand mit einem spitzen Gegenstand sozusagen ihn attackiert hätte. Und wie krass ist das bitteschön? Ich kann mir gut vorstellen, weil wir ja wissen, dass Tino Chrupalla auch ein Verfechter bzw. ein Gegner von den Maßnahmen in der Pandemie waren, wenn dort jemand einfach ihm irgendwas, also das wäre natürlich das Krankeste überhaupt, gespritzt haben sollte mit einer Nadel. Weil hier sehen wir es auch und leider auch in den E-Mails konnte man das nicht richtig rauslesen. Es wird natürlich nicht beschrieben, ob das jetzt eine Nadel von einer Impfung ist bzw. von einer Spritze oder ob es sich eben um eine ganz normale Nadel handelt. Allerdings ist klar, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es eine normale Nadel sein soll, weil wie, ja, also unnachvollziehbar ist das. Also wenn du jemandem schaden willst, dann nimmst du sicherlich keine normale Nadel. Also im schlimmsten Fall wurde ihm hier irgendwas infiziert. Also es ist wirklich jetzt abzuwarten, was hier rauskommt. Und wir werden dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also schalt auf jeden Fall morgen hier auch auf dem Erfolgskanal an. Hier kommen ja sowieso täglich Videos, wenn wir nähere Informationen haben. Ich finde es aber nur ekelhaft, dass man jetzt die AfD mit diesen dreckigen Methoden, man darf sie nicht anders nennen, jetzt schon mundtot machen will. Nach dem Motto, wenn du zur AfD gehörst, dann sieh doch zu, was passiert. Sieh Morddrohungen, aber auch Infizierungen beispielsweise, im schlimmsten Fall eben auch Körperverletzungen. Und das macht mich persönlich hier einfach nur extrem wütend. Deswegen teil dieses Video, damit Leute vielleicht auch umdenken, wer hier denn eigentlich die Radikalen sind. Und dann werden wir sehen, wie das Ganze enden wird.